oh schade werden sie erwischt okay glaube ich jetzt nichts mehr dann was war das einfach nur sonne okay irgendwas was glänzt so aber kann ich alles mitnehmen was glänzt hausgold alles klar okay dann dieser ein entfernte ort und zwar hier da drüben zu diesem ort und hier ist auch noch was stimmt hier und da was geht denn hier ab feuerwerk das wird ja interessant schön feuerwerk das war schön okay aber stimmt warte mal luftige höhlen verbrennen das versteckte gemälde stimmt da war ja noch was da war ja noch was okay ein verstecktes gemälde verbrennen okay das so einer ja gut okay das noch was verstecktes und da vorne so viel dafür brauchen wir das hier okay verschickt das gemälde mal schauen wo wir das finden gesagt ich frage wie groß der ist so mal schauen irgendwann werden wir den schon finden alles klar das war nur dafür schön so hey zauber ich brauche ich brauche euch oder schaffe ich das nein das schaffe ich nicht zauber fein helft mir dankeschön so auf ihn und rachen sind die besten freunde danke das aber nett okay da muss ich gleiten alles klar ich muss gleiten dankeschön so habe es auch mal geschafft das super gleiten alles klar so das war eine schöne prüfung und da bist jetzt dran das wird übel machen wir das am besten genau so das andere wäre zu ätzend gewesen so kommen schaffbar schätze ich mal hat irgendwie nicht getroffen das war ja seltsam okay das war's schon das war's hier schon alles klar dann leben 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 dankeschön und fein helft mir ich muss da rüber dankeschön so dafür gibt es später kekse nur für euch ok und wie machen wir das okay vielleicht vorher abspringen das sollte glaube ich gehen oder nein das geht so nicht auch wenn wir so hin gehen muss man testen ob das funktioniert so kann es gehen wenn wir so rauf gehen vielleicht ist das so geplant die zwei dinge hier fehlen noch ok wie machen wir das wie soll das gehen so könnte es gehen ok das wird dann ein bisschen knapp gut ich habe eine andere idee wir machen das doch so aber dann möglichst von hier abspringen genau so funktioniert das ok alles klar ich habe herausgefunden wie so hat ich bin ein richtiger drache ich kann es so und wie ich es kann tja aber das versteckte gemälde mal schauen wo es ist komm ran hier oh es ist ätzend ah es wird richtig übel und das ist so riesengroß ah Mist ok sobald ich die rute kenne dann bist du dran dann bist du dran sobald ich es kenne so habt ihr schon so viele eier gesammelt mal schauen was wir daraus machen können ok und ich habe so das gefühl dass hier vielleicht das versteckte gemälde ist so es wäre möglich oder bist du ein gemälde nö kein gemälde hier hm ok das hätten wir schön ja nur nicht ganz 100% das versteckte gemälde fehlt noch und ich will hier ja alles machen tja aber das wird wohl dauern das gemälde suchen vor allem ist also die frage wie genau sieht das aus das gemälde ist es groß ist es klein ist es ein normales bild ist es ein richtiges gemälde mit einem goldrahmen oder so und ja da könnt ihr dann überall sein könnt ihr hier in solchen Höhlen sein da könnt ihr an der Decke sein an einer Ecke irgendwo draußen am Rand des Levels das kann alles sein hm da ist dann alles möglich oder könnt ihr auch bei den Spinnen sein stimmt Zauberfänen danke aber dieses Licht hier ist verdächtig aber schätze mal das ist nichts und das ist wahrscheinlich auch nichts hm so hier können wir nach Hause genau aber das versteckte gemälde ja gut hier kommen wir nicht zurück äh das andere mal da vorne misst noch mal da vorne hin bitte vielleicht vielleicht mal diesen Spinnen vielleicht in dieser Höhle da könnte es vielleicht sein jetzt wo die Spinnen weg sind haben die es vielleicht bewacht oder einer von denen vielleicht der an dieser Ecke da hat der es bewacht ah ne tja wo könnte das sein dieses Gemälde was ist los ok hier ist nix ähh da vorne war er auch schon stimmt da brauchst du nicht mehr tun so was brauchst du nicht mehr zu tun ok oder stimmt davon ging es um andon wieso hat es nicht geklappt verdammt wieso hat es jetzt nicht geklappt nach toll alles nur wegen diesem blöden gemälde was wir verbrennen müssen nein wir haben nicht alles hier es könnte auch da vorne sein ja da vorne ist es verdammt ok wir müssen dahin ganz entdeckt da vorne ist es natürlich ja mist und sie sind auch wieder da sind die weg die sind weg ok die spinnen sind für immer weg ha 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 schön ja alles klar und die magie hier sind auch weg wieso hat das hier nicht geklappt verdammt noch mal na dankeschön vielleicht hat mich das hier abgelenkt na geht doch warum nicht gleich so komm schon schnell wo war das gemälde da vorne ja alles klar dann müssen wir das so tun ab durch alles klar wir können nach hause gehen kunstgarnerie freigeschaltet schön was auch immer das bedeutet aber wir haben es abgeschlossen speichern schön so das nächste level und noch ein fähigkeitspunkt schön ok tja aber es ist auch das erste spiel wo man fähigkeitspunkte sammeln kann obwohl es hier keine fähigkeiten gibt zum skillen oder so ist echt interessant so richtig schön ok und die galerie keine ahnung wo die ist hm oder achso das war hier achso dann bekommen wir nur das hier das ist ja schön alles klar aber wie das zeigen darf keine ahnung ok nur noch ein paar levels hier und das war es dann hier hey wo kommt das denn her wo kommt das denn her ok von da habe ich es hier noch gesehen da hinten ist nichts versteckt nö ok 10 edelsteine noch ich glaube hier ist nur noch ein level das da vorne und das war es vielleicht ist es da versteckt mal schauen ich glaube hier ist es nicht ich glaube hier ist es nicht schade hier ist es nicht äh Alpenkamm alles klar durchkommen wir die Alpen wir durchkommen sie ein paar Schätze gefunden schön bald 5000 es läuft so ok tja ist auch immer wieder schön wir tauchen hier ins level auf und direkt Schätze direkt vor unseren Füßen genauso wie wenn wir das hier anfangen auch sieht das ätzend aus und da ist wieder wem langweilig alles klar äh was können wir bei dir tun funktioniert das ah schön Feuer hilft und das hilft auch guten Flug so zorn ihm das ja die ist echt langweilig alles klar ja auf damit nichts da so alles schön kaputt machen hier aber so ein Vieh würde ich auch gerne reiten und dann damit die Gegner hier platt machen ok ich kann diese Typen echt nicht ernst nehmen hier diese Typen da denen muss so langweilig sein dass sie das den ganzen Tag tun richtige Trolls sind das na warte Schluss jetzt so hör auf damit so die machen wenigstens mal was schlaues die patrouillieren die halten Wache so die kann ich schon ein bisschen ernst nehmen aber auch nur ein bisschen und die bekriegen sich hier jetzt nicht ist ja langweilig wirst du das wieder einsammeln hallo da ist nix ok warum ist da vorne ein Edelstein und hier nicht was soll das denn würdest du das wieder einsammeln wie komme ich da ran ist da vorne vielleicht etwas na mal schauen oder achso hier alles klar gut hätten wir das aber auch nur auf dieser Seite naja so befreien wir dir wir sehen oh Spyro du hast doch keine Angst vor diesen großen lauten schrecklichen Bestien oder ne natürlich nicht oh gut das dachte ich auch nicht ein bisschen Feuer und das hilft dann sind sie auch schon weg da haben wir keine Angst so wir haben für alles eine Antwort tschüss ach widersetzend allein wenn ich das schon sehe alleine das hier ja diese Typen toll werden die eigentlich eingeladen oder stimmt sie kommen ja von diesem Gnog Typen schätze ich mal ist eine komische Armee ja soll das fliehen ist jetzt vorbei mit diesem komischen Spaß zum nächsten Mal das und das